Nebenzufolgen ist keine schlechte Idee. Das werden wir tun. Wir halten ihn auf, vielleicht können wir ihn in eine Abkürzung nehmen. Die Türen führen doch da rüber, oder? Ja genau die. Wir können ihm doch zuvor kommen, oder? Also, ich gehe halbwegs über die Isle und versuche dich eine Reservation mit dem Swordmaster, Wir versuchen etwas zu versuchen. Machen wir jetzt mal etwas. So, hier wird es öffnen. Hm, es hat nicht viel gebracht. Aber da läuft er ja noch. Wir müssen ihm nur irgendwie folgen. Ja, jetzt ist er weg. So, later. Ja, gemischt war ein Händler. Da ist er doch. Im Hinterjahr. Und dort entlang. Sehr schön. Oh. Das Schwerkmeister. So muss. Das Schwerkmeister. So, Obviously, das war ich schon. Das Schwerkmeister. Das Schwerkmeister. Das Schwerkmeister. Der Kieler. Das Beste. Ja. So, dann kommen wir mal hier hin. Nichts als ehrlich zu sein. Ich kann sagen, mit der sargastischen Ausstellung auf deinem Gesicht, dass du vollständig trainiert hast von Captain Smirke. Los geht's mit dem Schluss. Mein Name ist feiert in allen schmerzlichen Körner dieser Island. Too bad no one's ever heard of you at all. So, gut, oder? Ja. Mein letzter Kampf endete mit meinen Händen covered with blood. So. How appropriate. You fight like a cow. Ah, nicht kurz. Only once have I met such a coward. Was talked like? Das war's. The nah makes an ehemal無 and a tattoo. Das war's. Und ich habe ein bisschen Tipp für dich. Du verstehst du das Punkt? Ich werde alle Blut von dir aus deinem Körper spüren. Wie gut! Du kämpfst wie eine cow! Sehr gut. Wenn dein Bruder ist wie du, besser zu marryieren ein Pog. Wie appropriate, du kämpfst wie eine Wälder. Die Tartung Ah, hier Nein any sword your hemorrhoids are flaring up again eh mist nice move i hope this teaches you a lesson now scram we have to use them let us again do the sword we have to fight 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 this is of course evil ok Okay, ich kann mich noch mal hier gehen. Mhm, was nur das. Und niemand wird. Wie verwendet, du kämpfst wie eine cow. Du bist nicht für meine Gehirn, du dumm. Ich wollte sicher, dass du mich mit mir fühlst. Okay. Du wirst gewinnen. Wir müssen ihm nochmal den ganzen Weg folgen. Von selbst ist es ein bisschen schwierig, den Weg zu finden. Tja. Ja. So könntest du mich nochmal führen. Oder was? Ja, okay. Okay. So könntest du noch mal. Du musst jetzt versuchen was mal. Ja. Ja. Ich werde das mal fallen. Nur im. Im alten Stil. Sehr schön. Und dann. Again. Wie sieht das aus, wenn wir das hier. Im Unremake. In der Urignale Version. Hier folgen wir ihm. Der läuft er lang. In der Urignale Version. Hier folgen wir ihm. Skamba. Sehr schön. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich habe immer lang gelaufen. Und wo ist lang. Und wo ist lang. Und wo ist lang. Und wo ist lang. Mist, ich habe verloren, ich habe nicht aufgepasst, ach da läuft der Lack, noch nicht verloren. Da geht es dann, ich habe nicht verloren, ich habe nicht verloren, ich habe nicht verloren. Sehr schön. Die Kader müssen wir besiegen. Sehr schön. Mal wieder den Unterschied gezeigt. Okay. Da haben wir noch eine Antwort drauf. Das war doch schon gut beim ersten Mal. Da muss doch hier das mit der Kuh. Sekunde. Oh, okay. Okay. No one will ever catch me fighting as badly as you do. Uh, yeah. Yeah. Ich wollte sicher, dass du mit mir gefühlt fühlst. Mist. Du bist ein Schmerz in der Rückseite, Sir. Was? Verpackung, Schmerz. Deine Hämorrhoids flaren wieder, eh? Sehr schön. Meine Zunge ist schmerziger als irgendwelche Zunge. Schwert. Zunge. Schwert. Okay. Und ich habe ein kleines Tipp für dich. Entschuldigung? Missed, missed, missed. Only once have I met such a coward. Okay. Must have taught you everything you know. Das war gut. My last fight ended with my hands covered. Okay. Ja, genau. Dann was Neues gelernt. Sekunde. I hope now you've learned to stop picking your nose. Sehr schön. Every word you say to me is stupid. I wanted to make sure you feel comfortable with me. I give up. You win. Well. I hope you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat the sword master. You'll need proof. Here. This should convince them. I beat the sword master. We have a t-shirt. We have a t-shirt. We have a t-shirt. We have a t-shirt on the top of him. I beat the sword master. Very nice. I beat the sword master. besiegt. Das ist gut. Das finde ich toll. Sehr schön. Ich habe den Schwertmeister besiegt. Gibt es bestimmt irgendwo, gibt es bestimmt aufs Badshot ein T-Shirt. Muss mir besorgen. Muss mir mein Echt kaufen. Kauf mir ein Shirt in Echt. Das mache ich, Leute. Ich habe den Schwertmeister besiegt. Schöner Insider. Können wir kurz gucken, wie das T-Shirt so aussieht. 100% cotton T-Shirt. So, hier haben wir den Beweis. Jetzt können wir das hier mal geben. So, das letzte Dich. Schatz, super. Alles, was du tun musst, ist zu finden, den legendärsten T-Shirt von Meili und es zurückzubringen. Und nicht vergessen. X markt den Platz. Ich werde jetzt einfach gehen. Lass uns auf unsere Brücke. Kommt später und erzähl uns, wie du es machst. Eine Schaufel haben wir schon. Dann finden wir mal einen Schatz. Das X markiert die Stämme. Okay. Wie machen wir das jetzt? Deine Schatzkarte haben wir schon von denen gefunden. Es hat uns nichts gebracht. Entschuldigung, aber... Jetzt ist es nur du wieder. Ich sagte dir, es gab nur einen in der Existenz. Jetzt gehst du verloren. Okay. Und was nun? Ich benutze die Karte, um einen Schatz zu finden. Okay. Benutzung. Oha. Ach, so. Das ist der Zurück, Links, Rechts, Links, Rechts, Zurück, Rechts. Jetzt macht das Sinn. Das habe ich vorhin beim letzten Stream beim Tresor ausprobiert. Zurück, Links, Rechts, Links, Rechts, Zurück. Das muss man mal notieren. Sekunde. Das muss man aufschreiben. Zurück, Links, Rechts, Links, Rechts, Zurück, Rechts, Links, Zurück. Wieso zurück als erstes? Das ist doch... Hä? Okay. Schauen wir mal. Dann können wir die Karte mal wieder rausholen, aber ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben. Ich kann das zwar mal wieder machen, aber... Und das ist wahrscheinlich im Wald, da muss ich diese verschiedenen Abzweigen. Lass mich raten. Oder zurück? Wieso? Hey! Das besser wäre wichtig! Nein, jetzt nicht. Jetzt auf die Gabelung. So, zurück wollen wir ja nicht, das ist ja... Tja... Hier vielleicht zurück nach oben. Jetzt hat man glaube ich links, oder? Jetzt ist es links. Okay. Wie war das? Ich gucke nochmal auf die Karte. Rechts, Links, Rechts, Zurück. Okay. Jetzt ist es rechts. Es müsste hier rechts sein. Ich nutze mal auf die Karte. So. 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 rechts, rechts, zurück. Das ist nichts. Rechts. Und zurück wäre dann wahrscheinlich oben. Oben. So. Ähm. So. Und nun. So. 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 rechts, rechts, links, zurück, rechts, links, und hier oben. Oh! Das sieht sehr gut aus. jetzt die schaufel benutzen schaufeln nutzen benutzer schaufel womit ein x markiert hier ein x die legendäre lost treasure of melee island this carefully reproduced piece of melee island history has delighted thousands of would be pirates and their families for generations remember there are other pirates on this island so go easy on the treasure leave some for the next person here lies treasure of such unimaginable wealth well you'll just have to dig it up to believe it offensichtlich hier kann es nicht sein for by the melee island chamber of commerce ok cool looks like a big plus sign the x markiert die stelle dann werde ich mal hier graben oder das sollte nicht zu lange dauern hm hm pass hm 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 hey, ich glaube ich habe etwas oh Gott es ist ein t-shirt es ist ein t-shirt aber es ist ein schönes aber es ist ein tolles aber es ist ein tolles ich glaube ich sollte jetzt alles das druck zurück ok was ist auf dem t-shirt drauf mehr Stunden pass ich habe das x wieder hingemacht sehr schön so sieht es im original aus noch ein t-shirt ich habe das t-shirt gefunden ich habe das t-shirt gefunden und alles ich habe das t-shirt gefunden war das t-shirt ja klassiker ich habe das t-shirt ich habe das t-shirt ich habe das t-shirt ich habe das t-shirt her war deine aufgabe das zu ja sehr schön Oh nein, Monkey Island. Und nicht Monkey Island. Okay, jetzt müssen wir hier mal unsere letzte Quest bestehen und uns dann ein Schiff besorgen. Oh, und ist leer. Oh, und ist leer. Oh, und ist leer. Oh, und ist leer.